er hat mir gesagt weil ich kein richtiges auto habe kann ich nichts bestellen ich habe keine ahnung wieso aber herzlich willkommen zu einem video heute wenn wir mit dem gokart durch den mc3 fahren und danach tanken gehen und hier auf dem feld fahren also lasst ein langer oder viel spaß mit dem video so wie es jetzt auf dem flugplatz wir haben jetzt hier noch was am drehzeitbegrenzer gemacht wir sind auf 48 km h gekommen also es ist richtig schnell und hier sind noch andere wir haben auch ein richtig geiles kleines kart und damit werden wir in rennen fahren so Leider haben wir es nicht geschafft. Aber es war schon sehr schnell. Wir sind jetzt auf dem Flugfeld. Steht die ganze Zeit ein Typ. Seht ihr den? Und ich glaube, der ist einfach ein Fan von mir, weil der macht nichts. Der hockt nur im Busch. Und ich frage ihn jetzt, ob er ein Foto will. Hallo? Willst du ein Foto? Ich bin ein berühmter YouTuber. Ja. Erinnerungsbild. Okay. Dann lächle. Er kann extra da auf YouTube eingeben. Die lachen sich da gerade tot. Ja. Ok. Ok. Entschuldigung. Wut. Ja. Hau. Ja. 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 48 kmh so der motor springt nicht mehr an heisst bestimmt ist die zintkessel schwarz er funktioniert da wir keine straßenzulassung haben müssen wir das kart erstmal zu mcdonalds ziehen Lost Head lenkt und ich der Knecht ziehen Leute ich hab kein Bock mehr ich zieh das Fahrrad zwar jetzt mit dem Fahrrad aber es ist so schlimm zieh Icon Expert ey soll ich bremsen? ich brems jetzt warum bremsst du denn nicht? du hast gesagt ich soll nicht drauf gehen wenn ich stoppe dann schon und du hast doch gesehen dass ich ins Gebüsch gefahren bin da ist der mcdonalds wir haben es fast geschafft jetzt fahren wir mit dem gokart durch den mcdrive ich bin richtig gespannt ich werde mir was ich mir bestelle werde ich nicht sagen ich würde sagen let's go let's go so fahren wir geht bitte in den Laden rein ich seh was ihr da macht bitte eine Bestellung bitte reingehen Entschuldigung warum durfte ich nichts bestellen? ich bin rein ok ja ich geh rein ja ja schade 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 er hat mir gesagt weil ich kein richtiges Auto habe kann ich nichts bestellen ich habe keine ahnung wieso aber naja ich habe es gemacht ein mcdonalds Mitarbeiter hat gerade unser gokart genommen und fährt damit jetzt hier auf dem mcdonalds grundstück rum er fährt gerade den mcdrive naja aber wie kommt er zurück? da ist er nicht so weg ein bisschen gas geben so leute wir dürfen jetzt doch in den mcdrive wir haben es mit dem mcdonalds abgesprochen und können jetzt einen sunday machen boah das war richtig krass wir waren beim mcdrive wir konnten leider nichts bestellen dann haben wir dort gegessen dann kam der Mitarbeiter und der Chef und der Mitarbeiter ist eine Runde gefahren dann durften wir im mcdrive also nochmal in den mcdrive und haben einen thumbnail gemacht danke an mcdonalds heidelberg wir gehen nächste runde tanken dann haben wir so scheiße aufgelaufen so ich habe keine ahnung was wir tanken müssen das erste mal in meinem Leben getankt hallo Dankeschön boah das sieht schon krass aus oh katz oh katz ARD Text im Auftrag von Funk